Dauerbrenner Temelin. Das tschechische Atomkraftwerk kommt nicht aus den Schlagzeilen. Eine erneute Panne im Kühlkreislauf, die erst Wochen später bekannt wurde, bestätigt jetzt die Sorgen Oberpfälzer Atomkraftgegner und lässt Politiker wie Bürger fragen, wie lange müssen wir uns das noch mit ansehen. Die Weidener Bürgerinitiative gegen atomare Anlagen fordert, dass sich Landes- und Bundespolitik Gehör auf tschechischer Seite verschaffen und auf eine Schließung des Pannenreaktors drängen. Zudem wirft sie der Bundesregierung vor, trotz eigener Ausstiegsabsichten auf europäischer Ebene der Atomlobby Zugeständnisse zu machen. Dies sende ein falsches Signal an Tschechien und andere europäische Länder. Ein Wasserrohrbruch überflutet diese Woche einen Teil der Fikentscherstraße in Magdredwitz im Landkreis Wunsiedel. Der komplette Verkehr wird dadurch für mehrere Stunden lahmgelegt. Die Auswirkungen bekommen auch die Magdredwitzer Haushalte durch sogenannte Versorgungsdruckschwankungen und Luft in der Wasserleitung zu spüren. Eine halbe Stunde dauert es, bis der Wasseraustritt gestoppt werden kann. In dieser Zeit sind rund 500.000 Liter Trinkwasser ausgetreten. Nur noch drei Wochen, dann beginnt erneut das Münchner Oktoberfest. Jetzt wurde der offizielle Wiesen-Masskrug vorgestellt. Im Hackerzelt präsentierte Kabarettist André Hartmann das Sammlerstück in limitierter Auflage. Der Krug wird von dem offiziellen, preisgekrönten Motiv der Wiesen 2015 geziert. Entworfen hat es der Münchner Student für Kommunikationsdesign Akim Semmer. Ein modernes Design, das die Verantwortlichen bei der Auswahl überzeugt hat.